Hier haben wir den Scanlon. Hi Buddy. Na, wie geht's? Der süße Fratz. Heute auch das erste Mal draußen. Das erste Mal das Geschirr an. Und wie man sieht, hat er da keine Probleme mit. Bis an der Leine gehen, war auch schon ganz okay. So ein bisschen hinterher getrappelt, war ich nicht ganz sicher. Immer wieder ein Leckerli geschmissen und dann ging das auch. Und jetzt ist er ganz angekommen hier. Ey du Kleiner. Nein. Sein Bruder fährt das nächste Mal. Er noch nicht. Halb erst. Könnte jetzt auch ausziehen. Ausreisen ab jetzt. Der kleine Fratz. Sucht seine eigene Familie. So. So. Komm, dann mal gucken. Mit dem Ball außen. Das kann man. Warte. Schau mal. Da. Komm, dann mal gucken. Ja. Ja. Das ist fast. Das ist fast. Sehr verschmutzt. Ne du. Sehr freundlich. Gip, 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 gip. Der kleine Fratz. Es ist Ganon.